So, Haya. Fein hast du den mitgebracht. Fein, so komm. So, und auf die Plätze. Fertig, los. Och, die Enten beschweren sich schon. Stören Friede, ne? Sie sieht aus, als ob sie eine Zigarre im Maul hat. Ein Chico, äh der Butch. Ich will den Butch mit dem Gassi gehen, dann nimmt er irgendein Schöckchen. Irgendwer ist so Brot, ne? Die Leute lachen sich dann immer schepp. Fein! Na, ich war doch heute schon in die Huse. Ah, ja. Sitz! Sitz! Aus! Wo komm mal ran hier? Na, warte. Ah, Haya. Sieh, na, wo ist dein Stock? Sitz! Sitz! Ah, ja, Sitz! Ah, ja, Sitz! Ah, ja, Sitz! Gesundheit! Danke! Haya! Du hast den Stock nicht mitgebracht. Da, wenn einer in deiner Scheibe geht dann wieder richtig kranzig doch. Faktisch! Wutti! Aber ganz schnell! Raus da! Das geht nicht rein! So, jetzt hat sie den noch drin gelassen. Bei uns in den Häusern wohnt ein Pärchen. Die haben einen Boxer, wie der hier, gell? Und der hat Angst vor andere Hunde. Das geht nicht rein, wenn der hier ist. Warte, du bist. Was soll das gebrochen, bitte? Wuhu! 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 Sieh, na! Eine Heulbrühe, weißt du das? Warte, du! Warte, du! Warte! Tja. Tschüss! Haya! Tschüss! Wuhu! 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 Ne, das ist nur ein Handy. Ja, heuer. Das wird ein schweres Geschütz. Das kriegt man nicht so. Aus. Heuer. Aus. Heuer. Wie jetzt? Du, der Stock, der hing an den Blättern dran. Heuer. Putzt bei dir die Hände? Ja, hier unten. Ja. Ja, das ist komplett am und zu mal ohne es wird Kriege. Deine Flüchchen wird nass. Oh, hä? Oh, mir ist die Bude. Vielleicht guck mal, wo man der ganze Teil nass. Und rege. Pass auf, die schüttelt sich gleich. Ich bin schon nass. Bis jetzt, der macht mich nicht nass. Die Zwügel, ich kann mal am Strand sehen. So wie am Donnerstag jetzt, Bora. Guck dir das mal an, die beiden. So hätt auch die, die heißt, Haia, heißt sie, ne? Haia, ja. Haia, hat sich auch, hat es ausgesehen, als wenn die sich Haia bei Sina festhält von hinten. Aufputsch, geh runter, komm, geh schwimmen. Ja, geh rein. Ja, komm, geh mit rein, auf. Na, geh doch. Na, geh doch. Aufputschel. Guck mal, geh mit schwimmen. Haia, bist gleich nicht mehr zu sehen. Ja, guck mal, Haia kommt zurück, aus dem Grunde, weil sie mich nicht mehr sieht. Weil sonst wäre sie nämlich jetzt eben weitergegangen. Ja. Obwohl er mit drin war, das ist ein Topic 1 damals. Bei den schon mal. Das ist ganz schön. Let's see, keine zwei. Sina, sei lieb. Sie ist gerade voll mit dem Arsch ins Socke gefallen. Ja, deswegen hast du dich wohl erschrocken auf, das. Das war nicht Haia, hast du selber schuld. Aber das kann sie immer noch, dieses Selbenspiegel. Ja, ja. Das kann man das mit, das ist ein Haloriko schon. Ja, ja, das kann sie immer noch, dieses Selbenspiegel. Ja, ja, das kann sie immer noch, dieses Selbenspiegel. Das wurde wiederum gefragt, das war das wie Klinie, ne? Ja. Ne, sich täuschen nicht, aber nein. Wir spielen, du hast, du, ist alles gut. Ich habe euch jetzt teilweise mal ein Stück mit drauf oder mal mit dem Gesicht drauf, macht das was? Ausnahmsweise. Ne, weil ich das ab und zu dann auch immer ins Internet setze, deswegen frage ich das. Aber letztes Mal hatte ich nämlich auch ein Video gemacht und da war hier die Susanne drauf. Äh, Gott, will ich nicht und so. Bloß, das kann ich, sie kann ich da nicht rausnehmen. Wenn ich mich filmen lassen muss oder fotografieren lassen muss, das kann ich halt nicht. Das muss dann von mir auch so der Projekt dazu vertreten. Ja, ich stehe ja nicht da und richte jetzt nur auf euch. Weiß mal. Ja, das werdet ihr dann im Video sehen, wer da mehr drauf ist. So, Haya, sitz. Sitz. Feines Mädchen. Ich mache auch Sitz. Ich mache auch gleich Sitz. So, fein. Das ist mein Juli minus- Untertitelung des ZDF, 2020